Ich begrüße die Delegation aus dem Kampfland und ich begrüße Sie auch. Ich frage Khaula. Sie haben über die Lage der Frauen dort gesprochen und das ist sehr wichtig für uns als izidische Frauen. Wenn wir über Raqqa sprechen, einerseits freuen wir uns sehr, einerseits ist es schlecht für uns. Weil in Raqqa sind tausende Frauen, izidische Frauen wurden unter Schleier dort verkauft. Wir freuen uns sehr, dass Raqqa, die Hauptstadt von Raqqa ist befreit. Ich möchte gerne eine Frage stellen. Wie wird Raqqa befreit durch welche Kräfte? Danke. Danke Die jäzidische Frauen betrifft. Ich war in Raqqa, als 5000 jesidische Frauen nach Raqq gebracht haben. Gefangene. Sie haben aufgeteilt. Sie haben verheiratet an die Emira. Also die jesidischen Frauen, die ich oder wir getroffen haben. Der Emir, der sie heiratet, ist ein Saudi-Arabien. Sie heiratet sie für zwei Monate. Sie sagen das ist Heirat, aber in Wirklichkeit das ist Kauf-Verkauf. Die Frauen wollten das nicht akzeptieren. Sie kamen beim Entehar. Welche Frauen haben sich in Selbstmord getroffen? Welche Frauen haben sich in Euphrat geworfen? Er ist derjenige von den jesidischen Männern, die an den Entehar der Entehar getroffen haben. Was ist derjenige? Es gibt Leichen von jesidischen Frauen, die sich umgebracht haben durch das Ertrinken. Als die Zeit gekommen, die Raqqa zu befreien, Sie haben neun Leichen aus dem Wasser gezogen von jesidischen Frauen. Die waren in Raqqa. Sie waren in Raqqa. Sie kamen mit der Entehar. Sie kamen mit der Entehar. Sie kamen mit der Entehar. Als die Befreiung näher kam, die jesidischen Frauen haben diese Frauen getötet. Natürlich. Wir haben einige Menschen versucht, nach der Enteharung, zu zurück. Die jesidische Frauen. Sie haben die Menschen verletzt, die jesidische Frauen. Sie sind kaffin. Sie sind kaffin. Sie haben natürlich die jesidische Frauen umgezogen. Sie haben gesagt, ihr seid Muslime von jesidischer Religion zu islamischer Religion. Natürlich. Die jesidische Frauen sind kaffin. Sie sind kaffin. In diesen Fällen. Das ist natürlich Behauptung ist islamisch. Das hat mit islamischer Heirat und Scharia nichts zu tun. Die Menschen ist kaffin mit einem Song in Neuen. Das ist der Mitarbeit und der Gäupte der Gäupte der Hühn. Das ist das große Protokon. Untertitelung des ZDF, 2020